Ich finde diese Figuren, die männlichen Gangsterfiguren zum Beispiel, die sollten wirklich noch mal überdacht werden. Als Medienschaffende hat man große Verantwortung darüber, wie man stereotype Rollenbilder bedient. Und damit darf man nicht unachtsam umgehen. Das ist wirklich ein sehr heikles Thema. Ich möchte nicht als Zulnermacher dafür verantwortlich gemacht werden, dass der Zuschauer in seinen Vorurteilen auch noch bestätigt wird. Das darf nicht einfach so sein. Das geht so nicht, finde ich.